Glück auf Schalke, in diesem Video geht es unter anderem um Ron Torben Hoffmann, unsere potenziell bald neue Nummer 1 und es geht um ein Interview mit Marc Wilmutz, wo er über Kenan Karaman redet, über Asan Uedraogu und viele weitere Dinge. Am Ende gibt es dann noch einen kleinen Tipp von mir, schreib deine Meinung zu allen Themen gerne unten in die Kommentare und abonniere natürlich gerne auch den Kanal, um auch keine News mehr zu verpassen. Ron Torben Hoffmann wird sehr wahrscheinlich die neue Nummer 1 auf Schalke, das hat sich gestern schon angedeutet, denn wie wir wissen, Marius Müller wird sehr wahrscheinlich den Verein in Richtung Wolfsburg verlassen, für eine Ablöse, die so zwischen 1 bis 2 Millionen Euro liegt. Wenn ihr das Ganze noch nicht mitbekommen habt, dann schaut euch gerne mal das gestrige Video an, ich verlinke euch das hier oben auch in der Ecke, dort bekommt ihr nochmal die geballten Informationen, warum, wieso, weshalb und was jetzt passiert. Deswegen jetzt hier nur das neue, Ron Torben Hoffmann wird sehr wahrscheinlich bald beim S04 aufschlagen, wie man hört, wird das Ganze noch ein bisschen dauern, bis die Verkündung offiziell wird, so zumindest die Ruhrnachrichten. Aber laut Florian Plettenberg von Sky ist es mittlerweile so weit, dass zwischen Ron Torben Hoffmann und Schalke eine mündliche Einigung existiert. Es gibt noch so ein paar Kleinigkeiten, die man besprechen muss. Laufzeit, finanzielle Dinge und so zwei, drei weitere Sachen. Es gibt jedoch, wie gesagt, diese mündliche Einigung, die super wichtig ist, denn man muss ja mit keinem Verein reden. Er ist ja noch bei Eintracht-Bauernschweig unter Vertrag, aber nur noch bis zum 30.06.2024, dann ist er ablösefrei. Für uns übrigens auch sehr, sehr gut, weil du kriegst durch Marius Müller so ein bisschen Ablöse, wahrscheinlich, wie gesagt, ein bis zwei Millionen. Zahlt für den Torwart aber gar nichts, außer natürlich ein bisschen Handgeld und dann das Gehalt. Und dementsprechend bekommst du noch mal ein bisschen was rein, gleichzeitig zum einen, um die Schulden noch so ein bisschen zu bezahlen, zumindest teilweise. Auf der anderen Seite aber auch, um ein bisschen mehr noch in den Kader zu stecken, weil wir wissen genau, da wurden dann zwischenzeitlich mal von zwei Millionen geredet und das ist dann doch schon sehr wenig. Und dementsprechend ist das ganz, ganz gut, wenn man hier eben nichts zahlt und dann können wir darauf hoffen, dass der in den nächsten Tagen, mal schauen, ob er noch in dieser Woche oder vielleicht erst auch in nächster Woche offiziell verkündet wird. Mit 25 Jahren ist er ja auch noch jung und wir hören jetzt mittlerweile, dass es dann eben die drei Torhüter gibt. Einmal natürlich Ron Thorben Hoffmann, dann als nächstes Justin Hekerin, der nach seiner Laie aus Belgien zurückkommen wird und Luca Podlech, der ja aus der Jugend kommt. Das ist das neue Dreigespann, was bei uns dann aktiv sein soll und da auch noch mal gesagt, das ist eine ganz schöne Verjugendungskur, muss man sagen. Also die drei zusammen sind dann doch sehr jung, was ich auch durchaus mag, weil davor wurde es dann doch schon etwas alt. Marius Müller ist noch relativ jung, aber Ralf Fährmann und dann auch Michi Langer, das war dann schon enorm. So haben wir jetzt ein junges Dreigespann, sobald denn dann der Transfer auch offiziell ist. Marc Wilmot hat dann ein Interview gegeben und dort über verschiedene Themen, unter anderem über Kena Karaman, über Aslan Uedraogo und viele weitere Dinge geredet. Ich möchte euch heute hier mal ein paar Zitate bringen, denn ich bin ganz ehrlich, ich finde das war mit das beste Interview von Marc Wilmot, seit er beim FC Schalke 04 als Sportdirektor tätig ist und dementsprechend, finde ich, muss das auch gewürdigt werden, weil das war richtig gut. Das hat mir richtig gut gefallen, da waren mal nicht so weirde Takes drin wie bei anderen Interviews. Dementsprechend fangen wir hier einfach mal an und gehen dann direkt mal über zu Kena Karaman, denn dort sagt er auf ihn angesprochen, Und da bin ich sehr gespannt, denn was man ja so gehört hat, ist bei Marius Müller hat man das nicht getan. Bei Marius Müller hat man zwar eine Vertragsverlängerung angestehlt und auch zu besseren Konditionen, Insbesondere, weil Müller ja als Challenger für Ralf Fährmann eigentlich kam und dementsprechend nicht das Übergehalt bekommen hat. Aber dass man an seine Schmerzgrenze gegangen ist, klang da eher nicht so durch. Anscheinend sieht man bei Kena einen etwas größeren Bedarf, vielleicht auch ehrlicherweise, weil man beim Torwart schon eine Idee hatte, wer das Ganze ersetzen könnte. Dementsprechend bin ich da durchaus gespannt und mich würde mal interessieren, wie hoch ist da die Summe so. Weiter geht es dann um die Abgänge von Lino Tempelmann, Henning Matriciani und Tobi Mohr. Wir wollten es den Spielern vor der Sommerpause unbedingt noch persönlich sagen, aber vor dem Spiel in Fürth war dafür keine Zeit, alles ging sehr schnell. Der Zeitpunkt am Montag war nicht der richtige, das gebe ich zu. Aber es gab leider keine andere Lösung, es sonst noch vor dem Urlaub zu klären. Trotz ihrer Verträge spielen sie in den Planungen für nächste Saison keine Rolle. Diese Transparenz war uns wichtig und das finde ich auch absolut verständlich. Ich muss mal sagen, bei allen drei Spielern kann ich es durchaus nachvollziehen. Lino Tempelmann hat mich am Anfang noch wahrscheinlich am meisten gewundert, aber man muss ehrlicherweise sagen, wirklich viel hat er auch nicht gezeigt. Aber dementsprechend ist auch das verständlich. Man hört ja, dass die durchaus enttäuscht sind, insbesondere ein Lino Tempelmann. Kann ich ja verstehen. Muss ich ja gestehen und wie er ja auch schon sagt, wahrscheinlich war der Zeitpunkt nicht optimal gewählt und auch, dass es relativ schnell in einem Gespräch abrupt dann so rauskam. Wahrscheinlich nicht optimal. Man muss aber sagen, insgesamt, dass man einfach mal alles auf links dreht, ist ja die richtige Entscheidung und dass dann mal nicht jedes Gespräch 100% optimal ist, auch das kann ich durchaus verstehen. Auch das muss man auch einfach dieser gesamten Situation geschuldet so sehen. Weiterhin hat er sich dann über drei weitere Spieler geäußert und zwar über Timo Baumgartl, Domit Rechsler und über Ralf Fährmann. Da reden wir natürlich über Spieler, die durchaus meinungsstark sind, die durchaus teilweise zumindest auch ein gewichtiges Wort in der Mannschaft hatten. Wenn ich so auf Dominik Drechsler schaue und da sagt er dann das Folgende. Wenn sich ein Verein für einen neuen Weg entscheidet, gibt es neben den Gewinnern auch immer Verlierer bzw. immer auch Verlierer. Wir haben den Spielern früh gesagt, dass wir nicht mehr mit ihnen planen. Sie haben Zeit, sich neue Vereine zu suchen. Die Gespräche mit den Beratern laufen, auch mit den drei Spielern haben wir gesprochen. Und da bin ich mal sehr gespannt, weil alle drei verdienen nicht schlecht auf Schalke, alle drei haben noch gültige Verträge. Ich kann mir nicht vorstellen, dass alle drei im Sommer den Verein verlassen werden bzw. zumindest nicht an neue Vereine, höchstens dann eben mit einer Vertragsauflösung. Das kann ich mir schon eher vorstellen. Man hört ja immer mal wieder auch mittlerweile, dass Fährmann sich eigentlich darauf es vorstellen konnte, den Verein dann so zu verlassen, dass man möglichst wenig zahlen muss noch. Er aber angeblich über die Situation sehr verärgert war, wie mit ihm jetzt umgegangen wurde, da bin ich sehr gespannt drauf. Aber da müssen wir abwarten. Da gibt es auch schon wieder neue Statements von Siebert und Bax. Und ganz ehrlich, das ist einfach wieder so ein unnötiger Mist, muss man ehrlicherweise sagen. Der ist ja sowieso sehr schnell, was das ganze Thema Presse angeht, der geht ja sehr schnell gerne mal zur Bild. Aber nun gut, dementsprechend müssen wir dem jetzt momentan zumindest nicht groß Aufmerksamkeit schenken. Und schauen lieber nochmal auf eine weitere Aussage und zwar über Asan Uedraogo beziehungsweise hier in dem Fall jetzt über die Ablöse, ob die denn komplett in den Kader investiert wird. Und da sagt er ganz klar, nein, das ist aber von vorhinein klar besprochen gewesen. Der Rest des Geldes wird woanders gebraucht. Das ist auch okay so. Und gleichzeitig hat Mark Wilmots auch im Zuge dieses nochmal gesagt, dass er sich halt auch natürlich durchaus vorstellen kann, dass Asan Uedraogo nochmal für ein Jahr auf zwei in den Verein kommt, zurückgeliehen wird, dass ihm das guttun würde, dass es sinnvoll wäre, wenn er nochmal ein bisschen bleibt. Übrigens sehr spannend auch, dass man am Ende auch nochmal gesagt hat, ja, Schalke hat mittlerweile oder soll einen Spielstil bekommen. Der wird natürlich mit dem Trainer geplant, aber man hat jetzt kurzfristig natürlich alles im Klassenerhalt untergeordnet, aber auf Dauer sollte Schalke schon wieder auch auf Beibesitz schauen. Finde ich durchaus spannend, in Kombination mit Ben Manga und die müssen einfach an einem Strang ziehen, kann das durchaus fruchtbar werden und kann durchaus gut werden. Ich glaube, Mark Wilmots kann in diese Position noch reinwachsen. Er wird wahrscheinlich nie wieder die Macht haben, wie er die in den ersten Monaten hat. Das ist aber auch vielleicht nicht schlecht. Das soll auch jemand sein, der vielleicht mal ein bisschen ruppig ist, der mal ein bisschen was aufbricht, der mal hier schaut, mal da schaut. Dann kann der hilfreich sein. Das Interview hat mich wirklich mal überzeugt. Da waren endlich mal gute Aussagen dabei, da war endlich mal nicht, dass es so ganz komisch war. Lest das gerne nach, wenn ihr Bock habt. Ich fand es echt gut. Ein kleiner Tipp von mir jetzt am Ende. Auf Schalker Seiten, zum Beispiel auf LinkedIn, zum Beispiel auf Twitter, gibt es ab jetzt regelmäßige Updates von Matthias Tillmann, unserem CEO, dem Vorstandsvorsitzenden, der dann mal so ein bisschen einen Überblick gibt über die verschiedenen Themen. Sich das Video einfach mal anschauen. Das ging jetzt zwei Minuten ungefähr. Durchaus sinnvoll, durchaus spannend, einfach mal die Insights so zu hören. Also gerne mal vorbeischauen und mir natürlich unten in die Kommentare schreiben, wie du zu den ganzen Leuten stehst. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung und dann sehen wir uns morgen bei den nächsten News. Bis zum nächsten Mal.